Hallo Leute, ich muss jetzt ein bisschen lauter sprechen, weil ich heute hier im Weizen bin und es ist sehr windig. Und ich wollte mir mal ansehen, ob der Weizen gut aufgelaufen ist. Und das ist er. Aber weshalb ich auch raus bin, hier vorne ist ein riesiger Erdhaufen. Ich vermute mal, dass das ein Fuchsbau ist. Und wie gesagt, der muss in den letzten zwei, drei Wochen erst entstanden sein. Und hier unten kann man sogar noch die Läufe sehen. Ich hoffe nur, dass der Bursche gerade nicht da drin ist und mich hört. Jetzt werden es natürlich die Hasen, die Kaninchen. Wenn der hier rumläuft, hofft, dass der Fuchs zieht, wird es nicht mehr schwer bekommen. Bis dann!